Elisabeth Kruziger wurde um 1500 als Elisabeth von Meseritz in ein pommersches Adelsgeschlecht geboren. Schon in frühen Kinderjahren wurde sie in das etwa 30 Kilometer vom Gut Meseritz entfernte Prämonstratenserinnenkloster Marienbusch bei Trepto an der Rega im heutigen Polen nahe der Ostsee gebracht. Für viele Jahre war das Kloster Heimat und Geborgenheit für das junge Mädchen. Elisabeth erhielt dort, wie für adelige Mädchen nicht unüblich, eine gute Schulausbildung. Sie lernte Lesen, Rechnen und wahrscheinlich auch Latein. Doch vor allem lernte sie die Welt christlicher Musik und des Gesangs kennen. Und die Musik blieb für sie der Schlüssel, durch den Gott in ihrem Leben lebendig wurde. Nachdem Elisabeth aber durch Johannes Bugenhagen, einen Weggefährten Martin Luthers, der damals in dem nahegelegenen Kloster Bellbuck bei Trepto an der Rega als Lehrer wirkte, mit den reformatorischen Ideen bekannt wurde und den lutherischen Glauben angenommen hatte, verließ sie 1523 das Kloster und ging nach Wittenberg. Was nahm die Frau, die die schützenden Mauern des Klosters verließ und in den Wirren der frühen Reformationszeit in eine ungewisse Zukunft aufbrach, mit auf den Weg? Die Frau, die zwar das gottgeweihte Leben als Nonne hinter sich ließ, aber dennoch weiterhin gottnahe sein, ja, die Gottesnähe noch vertiefen wollte? Gewiss werden ein paar persönliche Habseligkeiten im Gepäck gewesen sein, doch vor allem nahm Elisabeth die Musik mit. Die Welt der Klänge und Lieder, die die Zeit ihres Klosterlebens prägten, begleiteten sie auf ihrem Weg. Was sie draussen in der Welt erwarten würde, wusste sie nicht. Ebenso wenig, dass sie dereinst als erste Liederdichterin der evangelischen Kirche in die Geschichte eingehen würde. Die Welt der Klänge und Liederdichterin der Klänge und Liederdichterin der Klänge und Liederdichterin